Servus Leute, RatingRaptor.de hier und ich begrüße euch zu einem ganz ganz kleinen Update-Video. Und zwar wurde der ZLOK-T WZ51, der neue polnische Stufe 8 schwere Panzer, die wir jetzt schon die Stats gesehen haben, wurde jetzt momentan in der ersten Iteration geupdatet. Das ist immer noch die gut gepanzerte, langsame Variante. Leider haben wir immer noch nicht die Schadensmodelle, was ich ziemlich schade finde. Aber gucken wir uns doch mal an, was sich da verändert hat. Und zwar, sie haben eben definitiv mal 50 HP weggenommen, was immerhin ist jetzt gleich stark von den HP her wie ein Defender. Eine kleine Sache, die ich noch machen kann, die ich euch zeigen kann. Eine andere Person hat da, das kommt dann nachher noch, hat da eine Liste gemacht, um den ZLOK-T WZ mit dem Defender verglichen. Ihr könnt sehen, jetzt ist er immerhin gleich stark wie der Defender von den HP her. Am besten, wir machen das gleich mal so. Da können wir noch sehen, was sich sonst noch verändert hat. Nun, gut. Ansonsten, bei diesen Werten hat sich überhaupt nichts verändert. Also Sichtweite bleibt weiterhin besser, Geschwindigkeit bleibt weiterhin besser. Und ja, negativen Kanonrechtswinkel hat sich auch nicht verändert. Was sich jetzt noch verändert hat, ist die Genauigkeit. Die wurde von 0,34 auf 0,36 runtergenervt. Immer noch besser als beim Defender. Sehr schön. Dann, die Einzelzeit wurde von 3,26 auf 2,68 Sekunden gebufft. Also eigentlich ein ordentlicher Buff und ist somit, ah schade, das wird hier leider nicht angezeigt. Aber ich glaube, er ist jetzt on par, also gleich gut wie die vom Defender. Oh Mann. Das Einzige, was wir hier noch nicht gesehen haben, ist, sie haben die Dispersion, also das ist, wenn eure Kanone sich bewegt. Eben gar Dispersion, wenn moving, also wenn ihr euch bewegt. Wurde genervt von 0,17 auf 0,21. Und dann, das können wir vielleicht noch gucken, das können wir noch mit anderem Panzer am besten vergleichen, wir vergleichen jetzt auch mal mit dem Defender. Das ist eben die Genauigkeit während der Fahrt. Darum, wo ist der lieber Defender? Da ist er. Er hat eine Genauigkeit während der Fahrt von 0,23. Also, immer noch besser. Dann, während der Wandendrehung ist auch gedurft worden auf 2,11. Ist aber immer noch besser als die vom Defender. Da, dann, wenn man in Maximalgeschwindigkeit ist, das wird hier uns leider jetzt nicht angezeigt, aber es ist eigentlich auch verbunden mit diesen Werten hier. Also, ist sie immer noch besser als die vom Defender. Nichtsdestotrotz, 7,38, glaube ich mal, ist ziemlich schlecht. Dann, eben noch der zweite Nerf, der auch noch dazu kommt, ist, wenn ihr euch während der vollen Geschwindigkeit eure Wanne dreht, dann wurde das auch nochmal genervt. Aber, ja, wie schon, das sieht man hier leider nicht bei diesen Werten. Alles in allem, weiterhin ist der Zlock-TWZ51 stärker als der Defender auf dem Papier bis jetzt, obwohl er genervt wurde bei diversen Sachen. Bessere DPM, ähm, na gut, schlechtere Durchschlagskraft, das stimmt, aber bessere Genauigkeit, bessere Einzielzeit, bessere Kanonenrichtwinkel. Naja, und je nachdem sogar bessere Panzerung. Man wird sehen, wie sich das verändern wird. Eben, wie gesagt, kurzes Video, jetzt, dann kommt dann gleich noch ein anderes. Es macht das Wanne, ja. Oh, was propre? Es macht das Wanne, ja. Ja. Das macht das Wanne, ja. Das macht das Wanne. Das macht das Wanne, das macht das Wanne.